Wir haben eine Gruppentherapie gemacht, ähm, Florian. Und zwar haben wir gemacht, Salsa. 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 Du sagst... Salsa. Salsa. Dominik, wie sagst du es? Salsa. Nee, so ist es falsch. Das heißt Salsa. Was? Salsa. Salsa. Nee, Dominik, nee, du sagst es falsch. Salsa. Dominik, ich habe doch lange in Spanien gelebt und deswegen kann ich natürlich die Aussprache sehr gut. Ach. Und deswegen kann ich dir genau sagen, wie es heißt. Sag nochmal. Salsa. Nee, das davor. Was? Ich habe lange in Spanien gelebt. Wann hast du denn lange in Spanien gelebt? In den 90er Jahren. Als Kind? Ja, klar. Wie lange? Drei, vier Jahre habe ich wieder gelebt. Du hast als Kind drei, vier Jahre in Spanien gelebt? Habe ich überhaupt nicht gemerkt. Wieso bist du nicht länger geblieben? Du hast als Kind drei, vier Jahre in Spanien? Ja, klar. Wurde? In Mailand. Weißt du auch, wie ein Spanier ohne Auto heißt? Nee. Carlos. Das kann man nach drei, vier Jahren wissen. Aber Dominik, weißt du, wie ein Engländer mit zehn Autos heißt? Nee. Carsten. Wir spielen jetzt ein bisschen Salsa, die Musik meiner Heimat. Deine Heimat? Sie, meine Heimat. Ist schon deine Heimat? Sie, sie, sie. Also, Dominik. Wenn wir zusammenspielen, spielst du nur bis hier. Die Hälfte ist meine Hälfte, das ist deine Hälfte. Du spielst Bech, ich spiel Stein. Bis hier. Von mir aus, weil du aus Spanien kommst, kannst du das S noch haben. Bech und ich spiel Stein, aber nicht weiter. Aber wir haben Glück, dass wir hier so einen guten Flügel haben, weil der letztens in Basel, der war nicht so gut. Da stand Schimmel, richtig. Da stand sogar Schimmel seit 1885. Wir hatten eigentlich genug Zeit, das wegzumachen. Aber es war wirklich blöd, weil wir konnten die dann auch nicht mehr benutzen. Aber wir hatten dann voll Glück, weil neben dem Theater waren Red Bull Laden und die verleihen ja Flügel. Und dann haben wir einfach einen von denen genommen. Jetzt gehen wir. Komm nicht, sei es ab. Ermutigen Sie mich, ermutigen Sie mich. Ich bin, sei es ab. Ich bin, sei es ab. Ich bin, sei es ab. Team zwei Tag, qui ich bin, sei es ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017